In dieser Produktionsstätte werden Polster für den medizinischen Bedarf gefertigt. Aufgrund der Verwendung als OP-Tischpolster sind eine hohe Verarbeitungsqualität und die Einhaltung vorgeschriebener Messtoleranzen sehr wichtig, da bei Nichterfüllung der Werte Lebensgefahr für die Patienten besteht. Bisher wurden hier die Polster vor dem Patienten manuell geprüft, bei über 1000 unterschiedlichen Produkten kam der prüfende Mitarbeiter schnell an seine Grenzen. Das Kontrollieren und handschriftliche Dokumentieren jedes Maßes beanspruchte viel Zeit. Zudem musste auch noch für jedes Teil der Ableitwert gemessen und wiederum handschriftlich dokumentiert werden. Diese vielen Einzelschritte waren zu mühsam und zeitaufwendig, sodass der Kontrollprozess nicht hundertprozentig eingehalten werden konnte. Die übersehenden Fehler wurden spätestens durch den Kunden beanstandet und verursachten zusätzlich Kosten von mindestens 100 Euro pro Stück. Hinzu kam, dass das Ansehen beim Kunden darunter litt. Durch die Einführung des schlauen Klaus erhielt der Mitarbeiter einen intuitiv bedienbaren Assistenten an die Hand, mit dem keine Prüfschritte mehr vergessen und die Ergebnisse automatisch gespeichert werden. Die Prüfzeit wurde mehr als halbiert und gleichzeitig sicherer. Das funktioniert dank eines durchdachten, schlanken Prozesses und der eindeutigen Bildschirmanleitung. Im Grunde übernimmt der schlaue Klaus die manuelle Messung, mit dem Unterschied, dass sie innerhalb einer Sekunde erledigt ist. Das System erfasst immer noch Maße und Kontur der Polster. Beim Klettflausch wird zu den Maßen noch die Position und Ausrichtung kontrolliert. Mehrfach vorhandene Merkmale wie die Stanzlöcher werden auf ihre Anwesenheit, Position und Anzahl hin kontrolliert. Die so ermittelten Werte werden für eine Rückverfolgbarkeit gespeichert und als Nachweis für den Kunden in Form eines Prüfprotokolls jeder Sendung beigefügt. Damit werden Qualitätsansprüche schneller sicher eingehalten.